Die Arbeitsgruppe von Prof. André Pich befindet sich am Institut für Technische und Makromolekulare Chemie, kurz ITMC, sowie am DWI Leibniz-Institut für Interaktive Materialien. Sie zeichnet sich durch Kompetenzen in der Synthese von funktionellen molekularen Bausteinen, wie beispielsweise Monomeren, Makromonomeren und Präpolymeren, aus. Diese werden dann für den maßgeschneiderten Aufbau von Polymeren und kolidal stabilen Polymernetzwerken, den sogenannten Mikrogelen, eingesetzt. Dabei spielt die Kontrolle über die chemische Struktur, die Architektur und die Morphologie der Polymere und Mikrogele eine wichtige Rolle. Als Synthesemethoden kommen neben der Polymerisation in homogenen Systemen und der Heterophasenpolymerisation, wie der Fällungspolymerisation, auch mikrofluidische Reaktionsprozesse zum Einsatz. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeitsgruppe liegt auf der Synthese reaktiver Polymere, responsiver Mikrogele und biohybrider Partikel. Diese werden zur Entwicklung neuartiger, adaptiver Katalysatoren, biobasierter Flammschutzadditive, stimuli-responsiver, koloidaler Trägersysteme und bioaktiver Beschichtungen eingesetzt. Zur Realisierung unserer oft anwendungsorientierten Forschung ist interdisziplinäres Arbeiten mit vielen Kollaborationspartnern von anderen nationalen, aber auch internationalen Universitäten und Forschungsinstituten eine wichtige Voraussetzung. Hallo, wir, Frederik und Susanne, zeigen euch heute unseren Arbeitsalltag im Rahmen unserer Promotion, die wir im Arbeitskreis von Professor Pisch absolvieren. Meine Kollegin Susanne beschäftigt sich mit der Entwicklung von Mikrogelen für den Pflanzenschutz. Hierzu werden maßgeschneiderte Mikrogelen mit ausgewählten antimikrobiellen Molekülen mittels Postmodifikation beladen und anschließend in Bezug auf ihre antimikrobielle Wirkung untersucht. Mein Kollege Frederik arbeitet an der Entwicklung von katalytisch aktiven Mikrogelen. Hierzu werden verschiedene Metallkomplexe, meistens mit einer polymerisierbaren Gruppe, funktionalisiert. Diese prämodifizierten Monomere werden dann in Mikrogelen eingebaut und anschließend wird sowohl die katalytische Aktivität als auch die Wiederverwendbarkeit der Mikrogelkatalysatoren erforscht. Doch was sind eigentlich genau Mikrogelen? Mikrogelen sind dreidimensionale, kolloidale Netzwerke aus Polymeren und sind zwischen 100 Nanometern und 100 Mikrometern groß. Ihre Eigenschaften können durch Variationen der inkorporierten, funktionellen Gruppen präzise für die gewünschten Anwendungen angepasst werden. Weiterhin sind Mikrogelen stimuli-responsiv. Das bedeutet, dass ein Stimulus wie zum Beispiel eine Änderung der Temperatur oder des pH-Wertes eine Veränderung der Mikrogelen hervorrufen kann. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Temperatur-Responsivität. Wie werden Mikrogelen eigentlich hergestellt? Für die Synthese von Mikrogelen benötigen wir Monomere, Initiatoren und Vernetzer. Je nach Bedarf und Verfügbarkeit verwenden wir kommerziell erhältliche Moleküle oder diese werden von uns selbst synthetisiert und aufgearbeitet. Teilweise sind die herzustellenden Monomere luftempfindlich aufgrund ihrer polymerisierbaren Gruppe. Deshalb wird die Reaktion unter Ausschluss von Luftsauerstoff durchgeführt. Dazu wird Schlenktechnik eingesetzt. Zur vollständigen Entfernung des eingeschlossenen Luftsauerstoffes wird zunächst die Reaktionslösung mit flüssigem Stickstoff eingefroren. Dann wird die Apparatur unter Hochvakuum gesetzt. Nachdem der Druck wieder seinen ursprünglichen Wert angenommen hat, wird der Hahn wieder geschlossen und die Reaktionslösung mittels Wasserbad langsam aufgetaut. Das Ganze wird drei bis fünfmal wiederholt. Nach dem letzten Entgasen wird das Wasserbad durch ein Ölbad ersetzt und die gewünschte Reaktionstemperatur eingestellt. Dann findet die Reaktion für mehrere Stunden statt. Nach der Synthese werden die hergestellten Monomere aufgereinigt. Eine Methode ist die Säulenchromatographie. Hierzu wird eine Säule mit Trägermaterial, in der Regel Kieselgel, befüllt. Auf die oberste Schicht der Säule wird das Reaktionsgemisch gegeben, gefolgt von einer Schicht Sand. Das Reaktionsgemisch läuft durch die Säule und wird in Fraktionen gesammelt. Die Fraktionen, in denen das gewünschte Monomer vorliegt, werden mittels Dünnschichtchromatographie identifiziert und das Monomer isoliert. Die Struktur des hergestellten Monomers wird mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Stehen die Ausgangsstoffe für die Mikrogelsynthese zur Verfügung, werden die Mikrogele üblicherweise mittels Fällungspolymerisation in Wasser hergestellt. Dabei können je nach gewünschter Mikrogelstruktur Batch- oder Semi-Batch-Synthesen verwendet werden. Wir zeigen euch heute hier eine Batch-Synthese in einem Glasreaktor. Sind Monomer und Vernetzer vollständig gelöst und die Reaktionstemperatur erreicht, kann der in Wasser gelöste Initiator als Reaktionsstarter hinzugegeben werden. Dann beginnt der thermisch induzierte Zerfall des Initiators und die radikalische Polymerisation beginnt. Die Radikale wachsen von Oligoradikalen zu Precursor-Partikeln heran. Ab einer bestimmten kritischen Größe fallen die Partikel aus und eine Trübung kann beobachtet werden. Die Aufreinigung der Mikrogel kann sowohl durch Zentrifugation als auch durch Dialyse erfolgen. Dazu wird die Mikrogeldispersion in Dialyseschläuche mit einer ausgewählten Porengröße umgefüllt und für mehrere Tage gegen vollentsalztes Wasser dialysiert. Anschließend werden die Mikrogel für die weitere Charakterisierung schonend getrocknet. Dafür nutzen wir Lyophilisierung, ein Prozess, der auf Sublimation beruht. Die Mikrogeldispersionen werden in flüssigem Stickstoff eingefroren und in einem speziellen Gefäß an die Gefriertrocknungsanlage angeschlossen. Hier wird unter Vakuum das Wasser entzogen. Je nach Anwendung können Mikrogel sowohl während der Synthese, also in situ, als auch nach der Synthese mittels Postmodifikation mit funktionalen Bausteinen beladen werden. Diese funktionalen Bausteine können zum Beispiel Ionen, antimikrobielle Moleküle oder Wirkstoffe sein. Bei der Postmodifikation ist es wichtig, für eine gute Durchmischung der Mikrogeldispersion zu sorgen. In diesem Zusammenhang werden normalerweise auch anschließende Freisetzungsversuche durchgeführt. Nach der Synthese erfolgt die Charakterisierung des hergestellten Materials. Die chemische Zusammensetzung der Mikrogel wird meistens mittels Infrarot- oder Rahmanspektroskopie durchgeführt. Hierzu wird das gefriergetrocknete Mikrogel auf dem Probenkopf gegeben und fixiert. Innerhalb weniger Minuten wird ein aussagekräftiges Spektrum erhalten. Die Größe und Größenverteilung der Mikrogel wird mittels dynamischer Lichtstreuung untersucht. Dafür werden die Mikrogeldispersionen verdünnt und in spezielle Messküvetten gefüllt. Mit einem Gerät wie dem CETA-Sizer Ultra ist es auch möglich, die Oberflächenladung in Form des CETA-Potenzials und der elektrophoretischen Mobilität zu messen. Zur Untersuchung der Morphologie der Mikrogel werden Mikroskopiebilder mit einem Elektronenmikroskop aufgenommen. Dazu werden die Mikrogeldispersionen verdünnt und auf Grids aufgetragen. Die Grids selbst sind ziemlich klein und deshalb wird ein hohes Maß an Präzision benötigt. Die erhaltenen Aufnahmen zeigen die Mikrogel im getrockneten und dadurch kollabierten Zustand. Die Aufnahmen werden oft mit Kollegen gemeinsam analysiert und diskutiert. Im weiteren Verlauf der Charakterisierung werden die funktionalen Mikrogel in Bezug auf ihre Eignung im spezifischen Anwendungsgebiet getestet. Im Rahmen von Projekten im Bereich des Pflanzenschutzes bedeutet dies, dass die Proben an Projektpartner gegeben werden, die dann zum Beispiel die antimikrobielle Aktivität in verschiedenen Essays untersuchen. Ist die erwartete Aktivität in diesen Essays nachweisbar, werden größer angelegte Tests an den Pflanzen im Gewächshaus oder auf dem Feld durchgeführt. Im Bereich der Mikrogelkatalysatoren können die Mikrogel bei der Untersuchung der katalytischen Aktivität entweder in Batch oder in kontinuierlichen Prozessen betrieben werden. Hierfür werden kleine Reaktoren verwendet, die über eine eingebaute Filtration verfügen. Dadurch können die Mikrogelkatalysatoren recycelt und mehrfach eingesetzt werden. Wir hoffen, euch hat der kurze Einblick in die alltägliche Welt der Mikrogel und des Arbeitskreises von Professor Pisch gefallen.